Ein paar Freunde und ich saßen letzte Woche im Garten und dachten uns, hm, wo könnten wir als nächstes hinfahren? Wir so, ey, lass nach Amsterdam. Und dann waren wir auch schon da. Ich bin voll bepackt rumgelaufen, weil wir das Auto woanders parken mussten. Und dann sind wir im Hostel eingecheckt. Wir hatten eine mega, mega nice Aussicht, obwohl es mega, mega günstig war. Ich glaube, wir haben so 25 Euro die Nacht bezahlt. Dann natürlich erst mal gegessen. Wir waren wie verliebt in die Pizza, man sieht's. Und dann ging es auch schon los in die City. Wir waren shoppen. Die Jungs mussten natürlich mit, aber eigentlich waren wir eh nur Süßigkeiten kaufen. Und das war auch schon Tag 1 unseres Trips.